Sie erinnerte sich wieder an die Spritze. Er hatte ihr eine Spritze gesetzt. Wer war er? Emery hatte keine Ahnung. Sie wusste es nicht mehr. Aber an die Spritze erinnerte sie sich noch. Er hatte sie von hinten gepackt und ihr die Nadel in den Nacken gerammt. Eine kalte Flüssigkeit hatte sich unter ihrer Haut ausgebreitet. Sie hatte versucht, sich umzudrehen. Sie hatte ihn verletzen wollen. Genau das hatten sie ihr beigebracht in all den Selbstverteidigungskursen, zu denen ihr Vater sie gedrängt hatte. Verletz ihn, verkrüppel ihn, zerschmetter ihn die Eier, Schatz. Das ist mein Mädchen. Sie hatte herumwirbeln und einen gezielten Tritt landen wollen, seine Nase treffen, seinen Kehlkopf oder auch seine Augen. Sie hatte ihn verletzen wollen, ehe er sie verletzen konnte. Sie hatte... Sie hatte sich nicht umgedreht. Stattdessen war ihr schwarz vor Augen geworden. Und dann schlief sie ein. Er wird mich vergewaltigen und umbringen, hatte sie noch gedacht, bevor sie weggedriftet war. Hilf mir, Mom, hatte sie gedacht, ehe die Welt um sie herum dunkel wurde. Doch ihre Mutter war nicht mehr da. Sie war tot. Und das würde sie selbst auch bald sein. Das war okay. Das war in Ordnung. Ihr gefiel die Vorstellung, ihre Mutter wiederzusehen. Aber er hatte sie nicht umgebracht, oder? Oder hatte er das? Nein. Tote spürten keinen Schmerz und das Ohr pulste wie verrückt. Sie zwang sich hoch. Das Blut strömte aus ihrem Kopf und fast wäre sie wieder ohnmächtig geworden. Eine Sekunde lang drehte sich der Raum um sie, dann stand er wieder still. Was hatte er ihr gespritzt? Sie hatte von Mädchen gehört, die auf Partys oder in Clubs K.O.-Tropfen schluckten und dann an wildfremden Orten wieder aufwachten, die Klamotten durcheinander, keine Erinnerung daran, was in der Zwischenzeit passiert war. Aber sie war nicht auf einer Party gewesen. Sie war im Park joggen gewesen. Seine Hündin war ausgebüxt. Er hatte so traurig ausgesehen, wie er mit der Leine in der Hand dagestanden und ihren Namen gerufen hatte. Stella? Stella? Wie hatte der Hund geheißen? Sie wusste es nicht mehr. Ihr Gehirn war komplett vernebelt, sodass jeder Gedanke erstickte. In welche Richtung ist sie denn gelaufen? hatte sie ihm gefragt, und er hatte sie resigniert und in Tränen nahe angesehen. Sie hat ein Eichhörnchen entdeckt und ist ihm hinterhergerannt. Da lang. Er hat in Richtung Osten gezeigt. Das hat sie noch nie gemacht. Ich verstehe das nicht. Emery hatte sich umgedreht und in dieselbe Richtung geblickt wie er. Dann plötzlich der Arm um ihren Hals. Die Spritze. Schlaf gut. Schönheit. Flüsterte er ihr ins Ohr. Es hatte gar keinen Hund gegeben. Wie hatte sie nur so bescheuert sein können? Ihr war kalt. Irgendetwas zerrte an ihrem rechten Handgelenk. Emery zog den Arm an und hörte, wie Metall auf Metall klirrte. Sie tastete sich mit der linken vor und untersuchte den glatten Stahl um ihr Handgelenk, dann die Kette. Handschellen. Befestigt an, worauf immer sie lag. Ihr rechtes Handgelenk war an irgendetwas angekettet. Die linke Hand war frei. Sie atmete tief durch. Die Luft war abgestanden. Feucht. Jetzt nicht panisch werden, Em. Jetzt nicht in Panik geraten. Ihre Augen versuchten sich an die Dunkelheit zu gewöhnen, aber es war einfach nur schwarz um sie herum. Vollkommen schwarz. Mit den Fingerspitzen strich sie über das Bett. Nein, das ist kein Bett, sondern etwas anderes. Stahl. Eine rollbare. Emery war sich nicht sicher, warum sie das wusste, aber sie wusste es einfach. Oh Gott, wo war sie? Sie zitterte, und erst jetzt dämmerte ihr, dass sie nackt war. Für einen Moment hielt sie inne, dann fasste sie nach unten und tastete über ihren Schritt. Wund war sie nicht. Wenn er sie vergewaltigt hätte, würde sie das doch spüren, oder nicht? Sie war sich nicht sicher. Sie hatte erst ein einziges Mal Sex gehabt, und es hatte wehgetan. Nicht wahnsinnig, aber es war unangenehm gewesen, zumindest anfangs. Tyler, ihr Freund, hatte versprochen, vorsichtig zu sein, und das war er auch gewesen. Im Handumdrehen war es vorbei. Es war auch sein erstes Mal. Das war gerade einmal ein paar Wochen her. Ihr Vater hatte ihr erlaubt, zu Tylers Homecoming Ball an der Watney Vale High zu gehen. Im Verbindungshaus hatte Tyler ein Zimmer gemietet, und irgendwo hatte er sogar eine Flasche Champagner aufgetrieben. Gott, ihr Kopf! Sie griff nach oben und berührte vorsichtig den Verband. Ihr Ohr war komplett eingewickelt. Das Verbandsmaterial war mit einer Art Tape befestigt. Behutsam zupfte sie es ab. Fuck! Die kalte Luft fühlte sich an wie eine Klinge. Sie riss weiter an dem Tape, bis sie die Finger unter den Verbandsstoff schieben konnte. Tränen schossen ihr in die Augen, als sie mit den Fingerspitzen über den Stumpf ihres Ohres strich. Eine zerklüftete Wunde, genäht, empfindlich. Nein! 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 schrie sie. Ihre Stimme wurde von den Wänden zurückgeworfen und heilte höhnisch über sie hinweg. Porter, Tag 1, 10 Uhr 4 Vor dem Flair Tower fuhr Nash auf einen Behindertenparkplatz und würgte den Wagen ab. Hier willst du stehen bleiben? Porter runzelte die Stirn. Nash zuckte mit den Schultern. Wir sind die Bullen, wir dürfen sowas. Erinnere mich daran, dass ich einen neuen Partner beantrage, wenn das alles hier vorbei ist. Hm, klingt nach einem guten Plan. Vielleicht kriege ich dann ja eine heiße Anfängerin ab, die direkt von der Polizeischule kommt. Nash grinste. Vielleicht fragst du nach einer mit Vaterkomplex. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass sowas auf dem Formular zur Auswahl stand, aber womöglich habe ich das nur übersehen. Der Concierge drückte die großen Glastüren für sie auf und ging voran zum Empfangstresen. Porter zückte seine Marke. Penthouse 2704 Eine junge Rezeptionistin mit kurzem braunem Haar und blauen Augen lächelte ihn an. Ihre Kollegen sind vor etwa 25 Minuten angekommen. Nehmen Sie Aufzug 6 in den 27. Stock. Wenn Sie aussteigen, ist es die Tür gleich rechts. Sie überreichte ihm eine Schlüsselkarte. Nehmen Sie die mit. Sie betraten Aufzug 6 und mit einem leichten Luftzug schloss sich die Tür hinter ihnen. Porter drückte auf den Knopf zum 27. Stock. Nichts passierte. Du musst die Karte durch das Dingsda ziehen, wies Nash ihn an. Das Dingsda? Wie zum Teufel bist du Polizist geworden? Entschuldige, dass ich heute nicht meinen Wir-Lernen-Jeden-Tag-ein-neues-Wortkalender konsultiert habe, entgegnete er. Das Kartenlesegerät. Das aussieht wie ein Kreditkartenlesegerät. Schon verstanden, Einstein. Porter schob die Schlüsselkarte durch das Lesegerät und drückte erneut auf den Aufzugknopf. Diesmal leuchtete eine Anzeige knallblau auf und der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Als die Tür aufglitt, erstreckte sich vor ihnen zu beiden Seiten ein Flur. Durch großzügige Auslassungen mit Geländer konnte man in ein riesiges Atrium einen Stock tiefer blicken. Zur Rechten stand am Ende des Flurs eine Tür offen. Davor hatte ein Kollege in Uniformposten bezogen. Porter und Nash gingen auf ihn zu, zückten ihre Marken und traten ein. Die Aussicht war atemberaubend. Das Penthouse erstreckte sich über die gesamte nordöstliche Ecke des Gebäudes. Statt der Außenwand lief hinter deckenhohen Glastüren ein Balkon einmal rundherum. Unter ihnen lag die Stadt und in einiger Entfernung konnte man den Lake Michigan erkennen. Als ich fünfzehn war, murmelte Porter, sah mein Jugendzimmer anders aus. »Meine komplette Wohnung würde allein in dieses Wohnzimmer hier passen«, sagte Nash. »Vielleicht sollte ich gleich heute Abend meinen Polizeiausweis abgeben und auf Immobilienmogul machen.« »Ich glaube ja nicht, dass sowas über Nacht geht«, wandte Porter ein. »Womöglich musst du dafür erst mal so eine Fortbildung im Internet machen.« Nash zog zwei Palatix-Handschuhe aus der Tasche, reichte eines an Porter weiter und streifte selbst das andere über. Diverse Techniker hatten sich bereits ans Werk gemacht. Als Paul Watson sie entdeckte, eilte er von einem deckenhohen Bücherregal am rückwärtigen Ende auf sie zu. »Sofern hier ein Kampf stattgefunden haben sollte, gibt es zumindest keine Anzeichen dafür. Das hier ist die sauberste Wohnung, die ich je erlebt habe. Der Kühlschrank ist voll. Im Müll habe ich eine Einkaufsquittung von vor zwei Tagen gefunden. An den Telefondaten sind wir schon dran, aber ich glaube nicht, dass das etwas bringt. Ich habe die zehn letzten eingehenden Nummern durchgescrollt. Das war jedes Mal ihr Vater. »Sie hat Festnetz?« »Echt?« Watson zuckte mit den Schultern. »Gehört vielleicht zur Grundausstattung der Wohnung.« »Wahrscheinlich hat Daddy das geregelt«, warf Nash ein. »So kann sie sich nicht auf ein Funkloch herausreden oder behaupten, sie habe ihr Handy verlegt.« »Was ist mit rausgehendern Anrufen?«, wollte Porter wissen. »Drei Nummern. Checken wir gerade«, antwortete Watson. »Porter sah sich in der Wohnung um. Seine Schuhe quietschten auf den Parkettdielen. Die Küche bestand aus Kirschholzschränken und dunklen Granitplatten. Edelstahlgeräte, vom Viking-Herd bis zum Sub-Zero-Kühlschrank. Im Wohnzimmer stand eine Lederkortschlandschaft in hellbeisch, die so bequem aussah, dass Porter schon beim Anblick der üppigen Kissen schläfrig wurde. Ein 80-Zoll-Fernseher, wenn nicht größer. »Das ist ein 4K-Bildschirm«, erklärte Watson. »4K? Viermal mehr Pixel als ein normaler 1080-HD-Fernseher.« Porter nickte bloß. Er hatte zu Hause immer noch einen 19-Zoll-Röhrenfernseher stehen. Solange der noch lief, und das verdammte alte Ding wollte einfach nicht den Geist aufgeben, weigerte er sich, es durch einen Flachbildfernseher zu ersetzen. In einem Arbeitszimmer mit einem riesigen Eichenschreibtisch kopierte ein Techniker gerade die Daten von einem 27-Zoll-iMac. »Irgendwas Nützliches?«, der Techniker schüttelte den Kopf. »Nichts, was auffällig wäre, aber wir gehen die Dateien und ihre Online-Aktivitäten durch, sobald wir zurück auf dem Revier sind.« Porter ging weiter ins Schlafzimmer. Das Bett war ordentlich gemacht, statt Poster an den Wänden eine Reihe von Gemälden. »Es fühlt sich doch nicht richtig an.« Nescht zog ein paar Schubladen auf. Überall akkurat gefaltete Kleidung. »Du hast recht, hier sieht es eher aus wie in einem Musterhaus, alles perfekt arrangiert. Wenn hier wirklich eine 15-Jährige wohnen soll, dann ist das die ordentlichste Jugendliche, die ich je erlebt habe.« Ein einziges gerahmtes Foto, das einer Frau von vielleicht Mitte, Ende 20, stand auf dem Nachttisch. Weilendes braunes Haar und die grünsten Augen, die Porter je gesehen hatte. Also mit einem Wasser. Die Daumen in den Zentrum und die Schwerfen werden soll. Dass das eine Frau von besonders. Eine Frau von Schwerfen graves ist, aber das andere går keepcis landscapes. Mein Mattervun choreiler wird bis dahin der esta Linus aufgetraut. Da steht sich dann zur Schlage hinaus, in der Umgebung. Einter Merkel wird widerfahren, wie er befindet, supposed to verlagiert wird. Wissen ist wirklich zeitgeist und das neuen Spotvor SLF sedłu y Imag фотографierungen. Vielen Dank.